Frau Tochtermann, ich soll noch ganz kurz hinweisen auf die Aktion Roter Farben auf dem Markertribunal. Wer noch einen Fall hat, der nicht dokumentiert ist, kann sich da bitte melden, wie an ihr ein Stand. Und jetzt gibt es wieder Musik mit Thomas Räder, sieben Minuten Entspannung. Viel Spaß! Bei jeder, die sich auf die Felsen, dreht sich der Mercedes-Benz auf dem historischen Bahnhofsturm Stuttgart 21. Ungefähr ein Viertelmal um 16 Uhr. Im Verlauf eines solchen Unternehmens verweist er in alle Himmelsrichtungen, aus denen Ehenpflanzen, Tier- und Menschenopfer dargebracht werden. Wir müssen uns im Industriestand langsam daran gewöhnen, dass die Rohstoffe, Wasser und Luft nicht mehr umsonst zu haben sind. Wir von der Landesregierung sind darum bemüht, nach der Einführung des Wasserpennigs, jetzt endlich auch die Luftzicht durchzusetzen. Wir sind der Auffassung, es darf unserer Industrie nicht länger zugemacht werden, dass der Normalverbraucher hier, diesen kostbaren Rohstoff, die Luft einfach so wegstabt. Ich gebe zu einem Vorschlag aus der Fraktion, jedem Bürger einen Münzautomaten vollgesicht anzuklompern. Dieser Vorschlag wird so nicht durchgefunden. Aber er scheitert nicht etwa ab Grundgesetz. Das lief sich ändert. Auch nicht ab Vermummungsverfundenheit. Meine Damen und Herren, dieser Vorschlag scheitert schlicht und ergreifend. Auch ab Vermummungsverfundenheit. Es gibt Dichtungsprobleme. Aber das Land ist nicht untätig geblieben. Wir haben bekanntlich einen Dichtungswettbewerb ausgeschrieben. Das Land ist jetzt vor allem auch wieder die Mundart und Dichtung. Wie will mein Wasser nur noch sonst? Wie mag ich, wenn ich dafür zahle? Wie ist das denn? Woh-Von und der Freundin, der Freundin ist auf dem Weg, was ich vermutlich ausgerichtet und, wie ich vermutlich aus den Mann, in einem Europa-Von und der Freundin kriege, Ich will uns auch, als die Menschen, Und, wie wir nicht sagen, ich will, ich will, Glocken uns mit meinem Leben. Himmelzaufer, Himmelzaufer, der Gulen zum Staufer. Brauch' ich auch. Applaus In die Mutterkugel, ich hab nur ein Gesicht, ich bin von allen Seiten rum, nach den Böden und beiden. Ich bin schon alt, muss mein Platz gehen, ich hab schon viel erlebt. Was in mir ist, das kann man sehen, wenn's oben auf dem Weg. In meiner Jugend habe ich mich tüchtig ausgetont, jetzt halt ich still und wende mich, wie ich der Sonne genut. Im grauen Alter hat sie mir ein Postbarkleid geschenkt. Ach, fadernfest, lang leidet hier in Wucht und angeeckt. Mein jüngstes Früchtchen ist derzeit ein Tier im hohen Gang. Das macht sich breit, fühlt sich gescheit, lebt jetzt Sekunde ein. In kurzer Zeit hat's mir entstellt, mein Herr war Angesicht. Macht sich's zum eigenen Schlag und fett, er zählert sich. Gern hätte ich diesem schönen Tier die Ewigkeit gegönnt, doch hat's aus schierer Geltungsgier mal angeboten. Wenn sich das Früchtchen ausgebrüht und ausgeblutet hat, dann wird mein Kleid ganz aufgeblüht, ganz bunten Wesermatt. Dann frag ich, bis die Sonne mein verletztes Antriebs reint, und in der Nacht des Mordes schallt, auch mein Kleid bald. ... ...